Klimaforschung, Diskussion nicht erwünscht. Meine Frage als Gymnasiallehrer an ein bekanntes Forschungsinstitut. Könnten wir einen Referenten für eine Diskussion mit einem Klimaskeptiker zum Thema menschengemachte Klimaerwärmung am Gymnasium bekommen? Forschung heißt nämlich Wahrheitsfindung im Disput der verschiedenen Meinungen und nicht Wahrheitsanspruch ohne Widerspruch. Die Schüler sollten sich selbst ein Bild machen können, frei von möglicher Manipulation. Doch die angesprochenen Hochschulprofessoren lehnten mit der Begründung ab, Klimaskeptiker seien fachfremd, scheinwissenschaftlich, würden Unwahrheiten unter das Volk bringen und Wacken verdrehen. Mit dieser abweisenden Reaktion wird beispielsweise der Heidelberger Appell von über 3000 Wissenschaftlern, darunter 74 Nobelpreisträger, mit ihren skeptischen Bedenken gegenüber der Klimawissenschaft völlig ignoriert. Ebenso die ausgezeichneten US-Physiker Professor Harold Lewis und Professor Ivor Gaber, die aus Protest die amerikanische physikalische Gesellschaft verließen. Professor Lewis verließ die Vereinigung nach 67 Jahren und sprach von der Klimawissenschaft als dem größten Wissenschaftsbetrug aller Zeiten. Professor Dr. Werner Kierstein Geboren 1946. Seine Laufbahn. 1972 Abitur am Abendgymnasium für Berufstätige der Stadt Würzburg. Anschließend Studium der Physik und Geografie an der Universität Würzburg mit den Nebenfächern Geologie, Meteorologie und Mineralogie. Studienabschluss in Physik im Fach Theoretische Thermodynamik und in der physischen Geografie im Fach Klimatologie. Forschungstätigkeit im Forschungszentrum Jülich. Diverse Arbeiten und Veröffentlichungen zum regionalen und globalen Klimawandel. 1981 Verleihung der Doktorwürde. Thema der Doktorarbeit. Häufigkeiten von Korrelationen zwischen Sonnenaktivität und Klimaelementen. 1992 Erwerb der Lehrberechtigung an Hochschulen und Universitäten. 1997 Ruf an die Universität Leipzig auf eine Professur für Geografie und Geoinformatik. Er hielt Lehrveranstaltungen im Fach Physische Geografie und Klimatologie, insbesondere zum Global Change, das meint globale Veränderungsprozesse und zur Klimaentwicklung auf der Erde. Es folgten diverse Veröffentlichungen im Bereich Klimaänderungen, in denen er die Zusammenhänge von Erdklima, Klimaerwärmung und CO2 aus einer ganz anderen Perspektive aufarbeitete, als dies die vorherrschende Klimapolitik der heutigen Zeit tut. In den vergangenen Jahren hatte er zahlreiche Auftritte in öffentlichen Seminaren und Vortragsveranstaltungen zum sogenannten menschgemachten Klimawandel. Professor Dr. Werner Kirstein, ein erfahrener Klimatologe, referiert heute zum Thema der politogene Klimawandel. Endlich ein echter Klimatologe in unserer Mitte. Herzlich willkommen, Professor Kirstein. Das klingt ja spannend. Weder wir noch der Duden kennt das Wort politogen. Also da sind wir schon mal gespannt, wie Sie das dann auslegen. Ich möchte einfach sagen, wir brauchen Sie. Das spüren wir. Die Welt braucht Sie. Wir hören genau zu jetzt. Danke, dass Sie da sind. Ja, das Wort politogen, muss ich sagen, habe ich vorher auch nicht gekannt. Ich habe mir gedacht, das trifft eine Sache besser als der anthropogene Klimawandel. Es gibt keinen anthropogenen Klimawandel. Und wenn man das jetzt auf den Punkt bringt, dann sagt man, ja, es ist nicht vom Menschen. Anthropogen heißt ja vom Menschen gemacht, aber es ist von der Politik gemacht. Deswegen politogen. Ich hoffe, ich habe ein neues Wort geschaffen. So, zu diesem Thema anthropogener Klimawandel, das habe ich jetzt durchgestrichen hier, haben hier bereits bei der AZK zwei Leute geredet. Das war der Hartmut Bachmann und Helmut Böttiger waren hier schon mal und haben also über den anthropogenen Klimawandel gesprochen. Ich habe den jetzt umgetauft, wie gesagt, in den politogenen Klimawandel. Ich finde, das trifft die Sache einfach besser. Ja, machen wir mal schauen. Wir haben ja schon das erste Bildchen da drinstehen. IPCC kennt jeder. Dieses Intergovernmental Panel on Climate Change ist eine politische Institution letztlich. Also man sieht, dass hier auch die Politik jetzt, wie wir im Folgenden sehen werden, immer stärker reinkommt. Und weiter haben wir hier die World Meteorological Organization, also WMO, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Auch hier sehen wir, steckt im Endeffekt die Politik dahinter. Wer ist noch beteiligt? Ja, die Weltklimabank. Vielleicht haben Sie es mal verfolgt, dass jedes Jahr fast regelmäßig die Weltklimabank an die Klimakatastrophe erinnert. Ich sage, oh, da sitzen die Expertenwürfe über Klima. Lauter Klimatologen in der Weltklimabank. Ja, warum machen die das? Wir kommen noch drauf. Die Weltklimabank profitiert natürlich davon, wenn das Geld fließt, durch oder wegen des Klimawandels. Dann haben wir hier, sehen Sie, Deutschland, Europäische Union, noch viele andere Länder, passen die Flaggen nicht alle rauf, haben damit zu tun mit dem Klimaschutz. Da komme ich auch später noch drauf, was Klimaschutz eigentlich soll, dieser Begriff. Es wird aber ebenfalls eben von vielen Ländern, auch von der EU vor allen Dingen vorangetrieben. Dann komme ich später noch dazu, dass sehr viele Fördergelder natürlich von der EU und von den einzelnen Staaten bereitgestellt werden. Für Wissenschaftler, die haben also angeworben, Klimaprogramme zu entwickeln, zu forschen daran, zu forschen und damit man eben Gelder dafür bekommt. Das ist ja so, ich komme ja selber von einer Universität, da haben wir gesehen, dass die Grundfinanzierung an den Universitäten gar nicht ausreicht, um einen richtig normalen Betrieb zu veranstalten. Also, was macht der Wissenschaftler? Er schaut mal nach im Förderkatalog der EU und im deutschen Förderkatalog und in anderen Ländern gibt es das ja auch. Und dann sieht man, da findet man irgendein Thema, was zum Klimawandel passt. Dann mache ich einen Antrag, formuliere einen Antrag, stelle den Antrag an die entsprechende Behörde und siehe da, sobald das Wort Klimaerwärmung oder Zunahme der Temperatur in irgendeinem Zusammenhang kommt, fließt Geld. Das Kurioseste, was ich je erlebt habe, war, als eine Biologengruppe, also gar keine Klimatologen, wussten gar nicht, was Klimawandel eigentlich ist, aber im Grunde Erderwärmung, okay, kann man mit umgehen. Und dann war das Thema für die Biologen, das Verhalten der Wattwürmer bei zunehmender Temperatur. So weit ist das gekommen, dass man also, das Thema spielt gar keine Rolle mehr, Hauptsache das ist Klimawandel. Und dann fließt das Geld. Ja, dann sehen Sie die großzügigen Förderer, also nicht die EU fördert sowas, auch die Bundesministerien fördern solche Anträge und die Forschung hat was zu tun. Viele meiner Kollegen, die sagen, was macht ihr eigentlich? Prüft ihr nicht den Wahrheitsgehalt oder was ist los? Ja, wir brauchen doch Geld, das Geld muss fließen, die wollen wir dann existieren, wenn wir ohne Geld dastehen. Und dann kann man natürlich wieder Doktoranden einstellen, man kann also Computer kaufen, man kann Geräte investieren, Personal und so weiter, dann fließt eben was. Aber man braucht eben dazu Fördermittel und dann ist es eigentlich im Grunde egal, was man da für ein Thema sich aussieht, aber das hat nur mit Erderwärmung zu tun. Es ist traurig, aber so läuft das eben. So, ich möchte mal ganz am Anfang den Hendrik-Svenz-Mark vorstellen, den habe ich schon oft in meinen Vorträgen erwähnt. Er spricht über den Einfluss der Politik im Bereich des Klimas, der Klimawissenschaft. So, Klimawissenschaft, sagt er, ist keine normale Wissenschaft. Muss ich mir vorstellen, ist keine normale Wissenschaft. Sie ist völlig politisiert. In den letzten Jahren besteht gar kein Interesse mehr an echten wissenschaftlichen Erkenntnissen und man hat sich auf eine Theorie geeinigt und fertig. Und diese Theorie ist CO2 eben. Dieser CO2-Irrsinn muss man das nennen, denn wir wissen ja inzwischen, viele wissen es, dass CO2, nicht alle, aber viele wissen es doch, dass CO2 gar nichts zu tun hat mit Erwärmung, mit Erderwärmung. Ja, und er sagt dann, das ist jetzt wörtlich, es widerspricht zutiefst den Prinzipien von Wissenschaft. Eigentlich darf der Wissenschaft noch sowas gar nicht angehen, aber die Finanznot treibt ihn also auch zu Dingen, die eigentlich gar nicht wissenschaftlich sind. Vielleicht ist er bekannt, der Professor Hans von Storch, der ist inzwischen im Ruhestand, Institutsdirektor am GKSS-Forschungszentrum in Geestacht. Und das ist auch einer, der eigentlich für den Klimawandel steht und immer gestanden hat, aber ein kritischer Beobachter der Szene, der war auch mal beim IPCC, wo wir gesehen haben, ist dann aber auch wie viele andere inzwischen Klimawissenschaftler oder Klimatologen oder Meteorologen, wie auch immer, dann wieder zurückgekommen. Es gibt eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die den IPCC verlassen haben, weil sie gemerkt haben nach ein paar Jahren, hier wird ja gar kein Klima gemacht, was machen die denn hier? Wird also Politik und Sozialwissenschaften, man dreht an der Schraube, wie kann man damit das vermarkten und die eigentliche Wissenschaft. Und das ist wirklich ein Vertreter des Klimawandels. Und der hat also gesagt, die Klimaforschung ist nicht normal, sondern postnormal. Das ist genau das Gleiche, was eigentlich das Ähnliche, was vorhin Svensmar gesagt hat. Erstaunlich für einen, der den Klimawandel ja vorantreibt und ja will, dass das wirklich eigene Kritik im eigenen Laden. So, was ist postnormal? Der postnormale Wissenschaftler, sagt er, tritt als Anwalt einer wertorientierten, natürlich guten Sache oder einer politischen Agenda auf. Im Endeffekt ist das gut, was der Mensch da erfährt. Wir können froh sein, dass wir diese Politiker haben, die wollen ja nur Gutes von uns. Ja, er sieht, das ist auch kritisch. Und dann erwähne ich noch, denn ich nehme viele Kollegen jetzt hier oder Kollegen im weiteren Umfeld, damit es nicht so aussieht, als würde ich alleine dastehen, was mir oft vorgeworfen wird. Ich wäre also einer von denen, von den ganz wenigen, die das bezweifeln, die Klimakatastrophe und den Klimawandel ist natürlich nicht so. Aber man wird in diese Ecke gestellt. Es gibt viele Kollegen, die inzwischen immer kritischer werden, so auf diese Linie kommen, weg von der Klimakatastrophe. Und Paul Reiter war übrigens auch einer, der beim IPCC war und auch diesen wieder verlassen hat, weil er gemerkt hat, hier wird was ganz anderes gemacht. Keine Klima, hier wird Politik gemacht. Und er sagt in schönen Ausspruch, der Global Warming Alarm kommt im Gewand der Wissenschaft. Sieht sich im weißen Kittel an, kommen im Gewand der Wissenschaft daher. Aber es handelt sich nicht dabei um Wissenschaft. Es ist Propaganda. Und das Wort Propaganda wird bei mir nachher noch ein paar Mal fallen. Wir werden also sehen, dass auch die Medien darauf eingestiegen sind und eigentlich Propaganda machen. Sehr schöne Zitate. Und ein sehr schöner Ausspruch kommt auch hier, das Interview führte Ken Jepsen mit Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer. Das waren ehemalige Tagesschau-Redakteure. Tagesschau, das wird auch noch gleich kommen, und ZDF. Und der sagt, die Tagesschau ist reine Propaganda. Das ist ein bisschen sehr verallgemeinert, aber was er meint damit, dass bestimmte Themen in der Tagesschau anders dargestellt werden, als sie in Wirklichkeit sind. Natürlich nicht alles, wenn über was weiß ich, einen Unfall oder so, dann stimmt das schon. Aber an bestimmten Themen ist es eben, was die machen, reine Propaganda. Ja, dann zitiere ich mal Georg Christoph Lichtenberg aus dem 18. Jahrhundert, wusste man das schon, die gefährlichsten Unwahrheiten sind die Wahrheiten mäßig entstellt. Und das ist also wirklich so? Mäßig entstellt heißt jetzt Halbwahrheiten oder eben Lückenpresse. Wenn ich was weglasse, was Wichtiges, dann erzähle ich Halbwahrheiten. Und da kann ich nur daran erinnern, an das Bild hier von Ulrich Teusch, der das Buch geschrieben hat, Lückenpresse. Und der schöne Satz steht ja unten ganz links. Das Ende, also Lückenpresse ist das Ende des Journalismus, wie wir ihn kannten. Also diesen Journalismus haben wir heute wohl nicht mehr. Ich zeige jetzt mal dieses Klima, die Bewegung des Klimas in den letzten 11.000 Jahren. Sie sehen ganz links am Rand hier, vor 10.000 oder 11.000 Jahren ging die letzte große Kaltzeit, also die Eiszeit, die man auch sagt, zu Ende. Das ist also die Weichselkaltzeit hier im Süden, im Norden heißt das, im Norden Deutschlands, das heißt die Weichsel, bei uns hier in den Alpen, sprechen wir von Würmkaltzeit und in den USA ist das die Wisconsin-Kaltzeit. Das sind immer gleichzeitig aufgetretene, starke Abkühlungen. Sie sehen, wie die Temperatur hier runter geht und das ist noch nicht der Mittelpunkt. Die Kaltzeit geht noch weiter nach links, ich habe das einmal abgebrochen. Und dann sehen Sie, was danach passiert ist, in den letzten 11.000 Jahren. Es wurde wärmer, es wurde wieder kälter, es wurde wärmer, es wurde wieder kälter. So läuft das also schon seit langem auf und ab. In der Mittelsteinzeit, um 4.500 vor Christus, hatten wir eine relativ warme Phase, die nennt man auch in der Geologie und der Geografie Atlantikum. Dann wurde es wieder kühler und im Suboreal, 2.500 vor Christus, das ist der Jungsteinzeit, da wurde es wieder sehr warm und wir hatten in der Bronzezeit wieder eine Erwärmung, aber die interessante Erwärmung ist, die Römer-Warmzeit, zur Zeit also Christi Geburt, der Römer, war es auch relativ warm. Also da haben die nicht gefroren, es war ganz schön warm geworden. Und dann haben wir wieder die kleine Eiszeit, die also im 17. und 18. Jahrhundert war, es hat sich wieder etwas abgekühlt, aber nicht so wie wieder in großen Kaltzeiten. Und danach aus dieser kleinen Eiszeit kommen wir gerade raus. Das heißt, wenn wir aus einer große oder kleine Eiszeit verlassen, muss es natürlich wärmer werden. Das Argument habe ich immer gesagt, ja, aber es ist doch wärmer geworden. Ja, bitte, ganz natürlich ist es wärmer geworden. Das muss man im Blickwinkel halten, wie wir also hier in die Irre geführt werden. So, und dann habe ich hier die letzte Periode nochmal etwas deutlicher herausgestellt, also die Warmzeit um 1200, das mittelalterliche Optimum wäre das, dann kommt diese kleine Eiszeit und da sind wir heute ganz am rechten Bildrand. Und das möchte ich jetzt mal vergrößern, nochmal größer darstellen. Und da sehen Sie, welche Halbwahrheiten und Falschaussagen uns präsentiert werden. Wir haben nämlich in der oberen Abbildung, sehen Sie, was ich vorhin auch schon erzählt habe, nur etwas aufgeschlüsselter und detaillierter. Da ist das mittelalterliche Optimum zu sehen, so um 1200, also es war bei uns in der Zeit der Gotik, da war es auch sehr schön warm. Dann sieht man hier, wie es kälter geworden ist und diese ständigen Schwankungen auf und ab und ganz rechts am Ende sind wir heute angekommen. Und was wird uns von der Klimawissenschaft präsentiert? Die untere Kurve. Vielleicht haben Sie es alle mitbekommen, die Hockeystick-Kurve, die Mann propagiert hat damals. Ja, propagiert ist gut, das war eben Propaganda. Und Sie sehen, man hat also einfach die Zeit vorher von 1000 an 1214, 16 und so weiter, das Klima so konstant gehalten. Es hat sich nicht viel verändert. Ja, die wirkliche Kurve sehen Sie oben. So werden wir also sozusagen hinters Licht geführt. So, dann wurde natürlich damit auch zum Ausdruck gebracht, dass das Klima also eine Art Gleichgewichtszustand sei. Das ist es aber nicht, wenn wir oben hinschauen, sondern sehen wir, dass das Klima eigentlich nie im Gleichgewichtszustand war, sondern es immer eine Dynamik gegeben hat. Ja, das müsste ich jetzt hier nochmal wiederholen, mäßig entstellt durch die Klimawissenschaft. Ich würde sagen, das ist nicht mäßig entstellt, das ist unmäßig entstellt. Gar nicht mehr wiederzuerkennen. Ja, Klima und Natur in Reichgewichtszustand, das ist die Frage. Das Rezente, wie auch insbesondere das historische und das prähistorische Klima war zu keiner Zeit in einem stabilen Gleichgewicht, das ich vorhin schon antwortet habe, sondern es ist ewig eine Entwicklung. Es hat schon immer, das weiß eigentlich jeder inzwischen, wenn der Schule aufgepasst hat, hat schon immer im Laufe der Erdgeschichte große und kleine Klimaschwankungen gegeben. Über längere oder kürzere Zeiträume, jedenfalls war das nie konstant. Die Vorstellung, sagt Josef Reichhoff, ein Zeologe, die Vorstellung von einem Gleichgewicht in der Natur ist ein grundlegender Irrtum des Ökologismus. Ökosysteme sind immer im Fluss, sind immer in der Entwicklung, die entwickeln sich immer weiter. Diese Idee, da würde ein Gleichgewicht vorherrschen, das wird uns einfach suggeriert. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, dann wird dieser Klimawandel interessanterweise zu einem Rätsel, ich zitiere nochmal, Hans von Storch, also eigentlich der hinter dem Klimawandel steht und diesen propagiert, der sagte dann interessanterweise im Spiegelgespräch mit Olaf Stapf und Gerald Traufetter, sagt er, wir stehen vor einem Rätsel, das ist schon 2013, das ist schon ein paar Jahre her, wir stehen vor einem Rätsel. Als Klimawissenschaftler sagt er das, seit 15 Jahren steigen die Temperaturen nicht mehr. Tja, sollte die globale Erwärmung weitere fünf Jahre, da sind wir ja eigentlich schon fast, so pausieren, stecke in den Modellen ein fundamentaler Fehler und die Vorhersagen müssen korrigiert werden. Immerhin, ich finde, das ist Selbstkritik. Ja, und dieser fundamentale Fehler kann ich sagen, lieber Kollege, der fundamentale Fehler ist der, dass in Klimamodellen immer von CO2 ausgegangen wird. CO2 sei verantwortlich für eine Erwärmung. Und wenn wir uns diese Kurve mal anschauen, ich gehe mal ein bisschen hier weiter rüber, dann sehen Sie, dass die tatsächlich die Temperatur gestiegen ist im Zeitraum von 25 Jahren und auch die CO2-Konzentration, die berühmte Mauna-Loha-Kurve, beides stieg an und da kam eigentlich die ganze Geschichte auf in den 80er Jahren, dass man gesagt hat, wenn die Temperatur steigt, das CO2 steigt auch oder umgekehrt, wollen Sie es ja sagen, CO2 steigt und daraufhin steigt auch die Temperatur an. Wenn wir uns aber die Abschnitte vorher ansehen und nachher, sieht man, dass das natürlich nicht mehr stimmt. Das heißt also, man hat einen Zeitraum von 25 Jahren hier ausgewählt, ich mache mal diese gerade dahin, CO2-Konzentration stieg an und die Temperatur stieg an. Da haben wir gedacht, naja, das hat beides miteinander zu tun. Was ja zunächst mal, wenn man so aufs Leier darauf schaut, ja gut, könnte ja sein, aber bitte, was ist denn mit den Zeiten davor und dahinter, hier vor diesen 25 Jahren, nach den 25 Jahren, da stimmt das offensichtlich nicht, im Gegenteil, da gehen die Kurven auseinander. Da steigt das CO2, aber die Temperatur war gefallen in einigen Zeiträumen. Also da ist irgendwas dann nicht in Ordnung. So, Naturwissenschaftler, und das ist das Bedauerliche, ich bin ja auch einer, aber gehöre nicht zu dieser Gruppe, Naturwissenschaftler verwechselten statistische Korrelation mit Kausalzusammenhang. Die haben eine statistische Korrelation über 25 Jahre, die korrelieren eng miteinander. Es gibt ja den Korrelationskoeffizienten, der den Zusammenhang von Kurven ausdrückt. 0,97 ist schon sehr hoch. Ja, okay, danke. Das ist schon sehr viel. Hier dieser Anstieg und dann hat man diesen Zusammenhang, diese statistische Korrelation einfach als Kausalzusammenhang interpretiert. Was völlig falsch ist und ich schäme mich für meine Kollegen Physiker, die darauf gekommen sind und warum ist das so gelaufen? Die Deutsche Physikalische Gesellschaft hat im Jahre 1986, glaube ich war es, die Klimakatastrophe ausgerufen. Das war in einer Konferenz in Bonn im Hotel Tulpenfeld. Da wurde propagiert, in einer Pressekonferenz, die Pressevertreter waren alle da, wir haben eine Klimakatastrophe. Warum sagen Physiker das, die vom Klima ja auch nicht unbedingt viel verstehen, keine Klimatologen sind? Warum sagten sie das? Weil in der Zeit, in den 80er Jahren, die Kernenergie eine große Krise hatte. Die Akzeptanz der Kernenergie ging runter, es gab Proteste, Polizeieinsätze, Wasserwerfer, man musste die verjagen, die gegen die Kernenergie vorgegangen sind. Da dachten die Physiker, das ist nur die Gelegenheit, wir verkaufen jetzt die Kernkraftwerke als emissionsfrei, CO2-emissionsfrei und damit gewinnen wir wieder Akzeptanz zurück. Ja, leider ging die Rechnung nicht auf, drei Minuten später kam die Tschernobyl-Katastrophe. Traurig, aber man hat es halt versucht. Ja, wie nennt man sowas in der Statistik einen solchen Zusammenhang über 25 Jahre? Eine Scheinkorrelation. Es ist eine Korrelation, aber sie hat nichts mit Kausalzusammenhang zu tun, deswegen Scheinkorrelation. So, und was man noch lernen muss, das habe ich in jeder Statistikvorlesung bei den Geografen immer wieder gesagt, Leute, Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Und das ist nur ein Riesenunterschied. Sie kennen das alle, ne? Ich glaube, das ist sehr bekannt geworden. Das ist wieder so ein Beispiel für eine Scheinkorrelation, Quelle Statistisches Bundesamt. Sie sehen die Anzahl der Störche und Geburten in Deutschland, in Schweden gibt es das noch viel schöner. Immer dann hier, wenn die Störche, wenn es mehr wurden, das sind jetzt hier die blaue Kurve, dann sind die Geburtenzahlen gestiegen. Und immer dann, wenn die Störche wieder abgenommen haben, aus irgendwelchen Gründen, ökologischen Gründen, dann sind die Geburtenzahlen zurück. Also da muss doch jeder bitte daraus schließen, dass das ein Kausalzusammenhang ist. Ja, von wegen. Es gibt in Amerika, in USA, pfiffige Leute, die finden solche Scheinkorrelationen so schön, die suchen in der Statistik jetzt, wo gibt es noch so verrückte Fälle. Das haben die natürlich auch aufgedeckt. Bitte, das sind statistisch wirklich echte Daten, die da kommen. Und da habe ich noch zwei andere dazu. Eine ebenfalls sehr hohe positive Scheinkorrelation kann man auch finden zwischen Scheidungsrate im US-Staat Maine und der Margarinekonsum. Bitte, das ist so. Das können Sie nachschauen im Internet, das ist so. Mit anderen Worten, wenn mehr Margarine gegessen wird, nehmen die Scheidungen zu. Da stehen Sie fassungslos davor. Ich habe noch eine schöne, die Sie erheitern wird, wenn das ein bisschen traurig aussieht. Die Todesfälle bei Rollstuhlfahrern korreliert hoch immer mit den Preisen für Kartoffelchips. Ich sage das, um die Kollegen Physiker mal so richtig reinzureiten, wenn man also hier solche Scheinkorrelationen den Wahrheitsgehalt hier bringen will. Na Gott sei Dank merken wir das ja. So, die Verdoppelung der CO2-Konzentration, das war immer ein großes Thema. Was passiert, wenn sich die CO2-Konzentration verdoppelt in unserer Atmosphäre? Dazu muss man sagen, wir haben also Treibhäuser, echte Treibhäuser, das ist hier zum Beispiel eine Plantage, wo Obst oder Gemüse oder ich habe da mal in Island selbst gewesen, sind wir an so eine Tomatenplantage gegangen. Und da werden also auch Tomaten angebaut, unter Treibhausbedingungen, aber nicht mit CO2-Treibhaus, sondern es wird einfach die Luft erwärmt. Die Sonnenstrahlen kommen rein auf das Dach und wenn es sich rauskommt, wenn keine Konvektion stattfindet, dann staut sich die Wärme da drin. Das hat mit CO2 überhaupt noch nichts zu tun. Und dann habe ich gefragt, habe ich aber gesehen draußen am Eingang, da standen so Riesenbehälter, stand drauf CO2. Das machen wir jetzt mit CO2 hier und das benutzen wir zur Düngung. Je mehr CO2 wir da einleiten in dieses Treibhaus, Wärmetreibhaus, umso besser wachsen die Pflanzen. Man weiß also schon lange, dass CO2 ein hervorragender Dünger ist für bestimmte Pflanzen. So, in vielen Gewächshäusern wird CO2 angereichert und zwar mit starkem, also als Düngungseffekt und man könnte also theoretisch nicht verdoppeln, wie das da in Island gemacht wurde, übrigens auch in Deutschland, überall wird das gemacht, dass man CO2 als Dünger nimmt. Man könnte also nicht nur verdoppeln, sondern theoretisch sogar vervierfachen. Bis dahin würden die Pflanzen das Vertragen und Aufnehmen nicht nur vertragen, sondern würden davon profitieren. Woran liegt das? Man muss unterscheiden bei den Pflanzen zwischen C3 und C4 Pflanzen. Und Sie sehen, die Aufnahme von CO2 bei C3 und C4 Pflanzen ist unterschiedlich. C3-Pflanzen vertragen das sehr gut, wenn man zum Beispiel hier die Kurve, an der Kurve sehen Sie es, hier verdoppelt. Wir haben heute 0,04 Prozent, das wären so die berühmten 400 ppm, die wir in der Atmosphäre haben, CO2 heute. Aktuell, wenn man sich das verdoppelt, dann sehen wir hier die C3-Pflanzen, die bekommt das außerordentlich gut. Und die entwickeln nämlich, die nehmen das auf und das ist sehr gut für die Photosynthese und damit gedeihen die Pflanzen hervorragend. Bei den C4-Pflanzen ist das nicht so. Die sagen bei Verdoppelung, okay, da profitieren wir nicht mal von. Aber immer, da muss man schauen, was sind denn jetzt C3- und C4-Pflanzen? Beispiele dafür. C3-Pflanzen sind Getreide, Raps, Zuckerrübe, Kartoffel, Reis und, das möchte ich besonders betonen, die tropischen Regenwaldbäume. Das hier sind alles Pflanzen, die bei uns in unseren Breiten angebaut werden. Getreide, Raps, Zuckerrübe, Kartoffel und Reis. C3 heißen wir uns deswegen, wenn Sie hier hinschauen, ist hier dreimal das Kohlenstoffatom vertreten. Deswegen nennt man die C3-Pflanzen. Also die profitieren wirklich von einer Erhöhung des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre. Und dann bei den C4-Pflanzen ist das nicht so. Da sehen Sie, wo wachsen die denn, diese C4-Pflanzen? Nicht in unseren Breiten. Das sind also hier Mais, Zuckerrohr, Hirse, Amaranth. Und interessanterweise die tropischen Savannengräser. Wenn man jetzt mal genau hinschaut, sieht man, wenn wir uns mal auf den tropischen Regenwald konzentrieren, das heißt ja immer, der tropische Regenwald verschwindet, der wird abgeholzt und so weiter. Wenn man jetzt mal hinschaut, was passiert dann da in der Wüste, in der Sahara und in der Savanne, also in der Sahelzone, würde bedeuten, wenn wir das wirklich tun würden, den CO2-Gehalt erhöhen würden, nehmen die das Wachstum der tropischen Waldbäume zu, der Regenwald würde profitieren und das Abholzen, dem könnte man schön entgegenwirken. Dauert natürlich ein paar Jahre, so schnell wachsen die Bäume ja nicht, aber im Prinzip würde man hier also ein Wachstum anstoßen und fördern. Und die Savanne, die profitiert nicht davon, das heißt die Baum- und Strauchsavanne, die würde sozusagen eingefroren, mit anderen Worten, da profitiert wirklich der Regenwald davon und die Savanne bleibt so erstmal, wie sie ist. So, CO2 in den Medien, Medien ist auch mein Lieblingsthema. Zum Beispiel im ZDF, im Heute-Journal, sagt er nicht, Herr Kleber spricht von CO2-Emissionen. Und die Leute denken jetzt im Hintergrund, das Bild gezeigt, da wo jetzt die Erdkugel ist, wird dann dieses Bild gezeigt. Jeder Zuschauer, Zuhörer stellt sofort die Verbindung her im Kopf, CO2-Emissionen steigen, sieht dieses Bild und sagt, oh Gott, CO2, das ist ja schrecklich, was die Industrie an CO2 ausstößt. Aber der Herr Kleber hat wohl nicht aufgepasst im Unterricht, in der Schule, denn er müsste eigentlich wissen, dass CO2 ein unsichtbares, geruchloses, ungiftiges Spurengas ist und es ist klimaneutral. Das hat er offenbar nicht mitbekommen oder, was wahrscheinlicher sein könnte, er sagt das bewusst. Weiß das natürlich, sollte er jedenfalls wissen, aber diejenigen Zuschauer des Heute-Journals, die das eben nicht wissen, die stellen diese Gedankenassoziation her. Und ich finde, das ist wirklich subtil, so vorgeht. Er sagt nicht, das ist der Klimawandel durch CO2, sondern lässt sich dort das selbst drauf kommen. Das ist noch schlimmer, als wenn er es sagen würde. So, was ist in Wirklichkeit los? CO2, sagte ich vorhin schon, ist lebenswichtig für Flora und Fauna, insbesondere für das Nachwachsen der tropischen Regenwälder. Das wollen wir doch alle, dass die tropischen Regenwälder nachwachsen. Also bitte, lasst uns doch den CO2-Gehalt erhöhen. Aber sagen Sie das mal, wenn ich das sage, oder vor der Politik, CO2-Gehalt müsste erhöht werden. Das sind so Verschwörungstheoretiker. Sie haben jetzt schon wieder eine Verschwörungstheoretiker vor sich. Das ist doch schlimm. So, der Klaus Kleber, noch ein Wort zum Klaus Kleber, den kennt ja jeder eigentlich. Der gehört zu den Spitzenverdienern, dem ZDF-Journalisten. Über die Höhe seines Honorars macht er keine Angaben. Das hält er irgendwie, oder versucht es geheim zu halten. Aber einige Politiker meinen, wer ständig Transparenz von den Politikern fordere, der müsste auch selber sich transparent machen. Das tut er aber nicht. Das hat schon seine Gründe. So, jetzt habe ich über die Statistik gesprochen und über die Hinweise, die die Statistik liefert. Ich muss noch dazu sagen, Statistik liefert niemals Beweise. Wer sagt, wie die Statistik beweist, hat entweder keine Ahnung oder er will uns täuschen. Mit Statistik kann man also nur Hinweise finden. Auch in Medizin und anderen Bereichen wird immer wieder die Statistik rangeholt, um Beweise zu zeigen. Das stimmt nicht. Und jetzt gehen wir mal zur Theorie. Es gibt einen wissenschaftlichen Beitrag in der Fachzeitschrift, International Journal of Modern Physics. Da steht die Quelle, wo es zu finden ist. Und dieser Artikel heißt, Falsification of the atmospheric CO2 greenhouse effects within the frame of physics. Hier kommt die theoretische Physik jetzt mal zu Wort. Das ist nämlich, theoretische Physiker sind das, Gerlich und Scheuschner. Und die haben diesen Aufsatz geschrieben, der übel aufgestoßen ist bei den Klimawissenschaftlern. Und ich kann das jetzt nicht alles hier erzählen, aber ich gebe mal eine deutsche Zusammenfassung, was das Wichtigste da ist. Zusammenfassend gibt es keinen Treiboseffekt, insbesondere keinen atmosphärischen CO2-Treiboseffekt, weder in der theoretischen Physik noch in der Ingenieurstermodynamik. Kann man beweisen, ist nicht so. Den gibt es nicht. Das ist also eine reine Erfindung der Klimawissenschaftler. Aber wer hört auf solche Leute? Die sind natürlich sehr ärgerlich, die Klimawissenschaftler, dass sowas überhaupt eine Chance hat und dass solche wissenschaftlichen Veröffentlichungen in die Welt gesetzt werden. Ralf Scheuschner hat in einem Internetvideo, das heißt der CO2-Klimaschwindel, noch Folgendes gesagt. Es ist zu untersuchen, inwieweit der Tatbestand eines professionellen Betrugs erfüllt ist. Und ich sage, also Respekt, da muss man Mut haben. Aber ich habe da noch einen draufgesetzt. Ich sage, wenn man sich dieses Buch anschaut hier von Schellenhuber, die Erde würde verbrennen, einen Verbrennungstod würden wir erleiden. Das ist schon ziemlich dreist hier. Ja, und da fällt mir dann ein, also wenn die ganze Erde verbrennen soll, was er behauptet oder was zumindest der Titel und das Titelbild versprechen soll, dann muss man sagen, aufpassen. Ich sage dann, es ist zu untersuchen, inwieweit die apokalyptische Drohung einer unbewiesenen globalen Verbrennungskatastrophe den Tatbestand einer gezielten Volksverhetzung erfüllen könnte. Und da sind wir beim Thema, was heute schon mal angekommen ist. Das haben Sie schon mal erwähnt. Schauen wir mal nach in das Schweizerische Gesetzsstrafbuch rein. Schrecken, Schreckung der Bevölkerung. Das habe ich jetzt mal daneben gestellt. Ich nehme immer mal das Buch daher. Das ist ja nun ein Schrecken der Bevölkerung. Und da steht, wenn die Bevölkerung durch Androhen oder Vorspiegeln eine Gefahr für Leib und Leben oder Eigentum in Schrecken versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Da kann doch der Schellenhuber froh sein, dass er nicht hier in der Schweiz lebt. Ja, das habe ich also da aus der Quelle zwei schweizerische Gesetzstexte herausgenommen. Ja, so sieht das eben aus. Es ist unglaublich. Da nehmen sich die Leute die Freiheit oder beschränken unsere Freiheit. Wir müssten eigentlich selbst Freiheitsstrafen bekommen, wenn sie sowas verbreiten. Ich weiß nicht, wie viele Leute das Buch gelesen haben. Besser ist es jedenfalls nicht geworden. Auch wenn es die Leute vielleicht interessiert. Aber jeden schreckt das eigentlich ab, wenn er sieht, dass die Erde da jetzt rotglühend gezeichnet wird. Und sie würde also hier sich so stark erwärmen. Gut, wollen wir mal ein bisschen reinschauen, was ist überhaupt Klima und was ist Wetter. Das muss man vielleicht mal ganz kurz mal erklären. Sie sehen hier die Betriffe Klima und Extremwetter. Es wird ja immer gesagt, ja, das Extremwetter ist ja jetzt viel häufiger, als es früher war. Wir hatten extreme Wettersituationen. Da sage ich mal, aufpassen, Leute. Wir untersuchen ja das Klima. Und was ist dazu im Gegensatz das Extremwetter? Wenn wir hier unten anfangen, links unten, dann sieht man, dass in diesen großen Rechner, im Computer, gigantische Rechner, wenn die immer größer und teurer, erstmal Rohdaten eingefüttert werden. Das sind die Wetterdaten. So, in diesen Rechnern sind die nicht nur gespeichert, sondern in diesen Rechnern sind die auch verarbeitet. Und es waren daraus, aus den Rohdaten werden Rechendaten. Zum Beispiel, vorhin, wie ich gesagt habe, Mittelwerte. Die Meteorologie lebt von Mittelwerten. Wir brauchen also Tagesmittel, Monatsmittel, Jahresmittel. Und dann kann man im Klima irgendwann eine Aussage machen. So, Millionen meteorologischer Daten sind also in Großrechnern gespeichert. Meteorologische Daten. Wo sind jetzt die Klimadaten? Das Klima steckt jetzt da mit drin, wenn man einen genügend langen Zeitraum beobachtet. Im Grunde ist das Klima eigentlich ein virtuelles, globales Modell. Dann ist es virtuell, es ist ja nicht, ich kann nicht raus und sagen, ah, was haben wir für ein schönes Klima. Ich kann immer sehen, es scheint die Sonne, die Temperatur, Niederschlag, Nebel, Wolken und so weiter, Sonnenscheindauer. Das sind Wetterdaten. Aber was da gespeichert, wir sind da gespeichert. Aber daraus jetzt Rückschlüsse zu ziehen auf das Klima, das ist also sehr mehr als gewagt. So, das globale Klima ist also ein virtuelles Datenmodell, das man übrigens nicht schützen kann. Wie soll ich denn solche Millionen von Daten schützen? Eine Mauer drum bauen oder wie stellen sich die Klimaschützer das vor? Diese virtuellen Daten im Rechner können nicht Extremwetter in der Natur verursachen, sondern es ist eher umgekehrt. Auch die Extremwetter sind in diesen Wetterdaten drin enthalten. Ich kann also nicht hingehen und sagen, jetzt habe ich eine ganze Menge Wetterdaten, jetzt hole ich da mal raus Extremwetter, hier will es in was gehen. Das Extremwetter ist ja da bereits mit drin als Wettersituation. Da wird uns auch wieder was vorgelogen oder vorgetäuscht, was man normalerweise gar nicht so leicht nachvollziehen kann. Es wird uns oft durcheinander gehauen, Klima und Wetter. Das muss man jetzt mal, denke ich mal, klar und deutlich sagen, was das für ein Riesenunterschied ist. So, für eine Aussage zum Klima, nicht zum Wetter, braucht man einen Untersuchungsraum, wo? Schweiz, Deutschland, Frankreich, Europa, Amerika oder irgendwas. Da brauche ich also einen Raum, den ich betrachte und einen Zeitraum. Und der ist laut Definition der Klimatologen, muss mindestens 30 Jahre betragen. Ich muss mindestens 30 Jahre beobachten, wie das Wetter sich entwickelt und dann kann ich daraus einen Trend erkennen, was mit dem Klima los sein kann. Die Wetterdaten müssen also eine große Menge sein. Ich rechne mal ein kurzes Exempel vor. In Deutschland gibt es rund 200 meteorologische Messstationen, die das Wetter erfassen, täglich. Ermessen und dokumentieren täglich mindestens drei Wettergrößen. Ich sage mal, mindestens 30 sind natürlich in Wirklichkeit mehr. Die wichtigsten, mit denen ich mich damals auch an meiner Doktorarbeit befasst habe, sind Luftdruck, Temperatur und Niederschlag. Das sind die wichtigsten drei. Die werden auf jeden Fall täglich erhoben und festgehalten. So, wenn ich jetzt zum Beispiel das Klima in Deutschland über 30 Jahre lang, das ist der Mindestzeitraum, 30 Jahre, betrachte, dann muss ich rechnen, 30 Jahre mal 365 Tage mal 200 Messstationen. Das gibt 2,2 Millionen Daten für einen Parameter, für die Temperatur beispielsweise. Da habe ich einen Parameter, da brauche ich also 2,2 Millionen Daten. Wenn ich jetzt wieder auf die drei Parameter zurückkomme, die ich vorhin genannt habe, für die Hauptelemente, also PTR, das heißt Luftdruck, Temperatur und Niederschlag, dann brauche ich also das Dreifache, also rund 6,6 Millionen Daten. Das ist eine ganze Menge. Und dann fragt man sich, ich muss jetzt wieder mal suchen, wo die Maus ist, da. Was ist jetzt Klimaschutz? Sollen wir die 6,6 Millionen Daten schützen? Da sieht man den Widersinn eigentlich, was uns erzählt wird, wir bräuchten Klimaschutz, im Grunde sind das über 6 Millionen Daten, die da zu schützen sind. Das ist doch absoluter Blödsinn. Aber ich kann Ihnen sagen, was es ist. Klimaschutz ist ein infantiler Aberglaube und widerspricht der Physik. Wo wir ja hier in den Alpen, sozusagen am Rande der Alpen sind, gehe ich auch mal auf die Alpengletscher ein. Es wird ja immer erzählt, die Gletscher wandern zurück, sie entwickeln sich rückwärts. Wenn Sie mal genau hinschauen, stimmt das auch. Aber nur wieder für einen gewissen Zeitraum. Der letzte Gletscherrückgang begann vor 30 Jahren, hier an dieser Stelle. Und dann gehen die Gletscher, wie man sieht, zurück. So, das liegt an Temperatur, Erhöhung und hier unten habe ich mal reingezeichnet diese CO2-Anstiegskurve. Die unteren haben nichts miteinander zu tun, sondern der Gletscherrückgang liegt alleine am natürlichen Anstieg der Temperatur. Inzwischen steigt sie aber nicht mehr die Temperatur, so langsam müssten die Gletscher wieder reagieren. So, das wird uns verkauft. Was davor passiert ist, deswegen ist es nicht nach links so weit offen, ist doch Folgendes. Das sieht doch ganz anders aus, wenn ich mal die Zeit davor betrachte. Da sehen Sie, dass die Gletscher nicht nur zurückgegangen sind hier, die mussten erst mal steigen, bevor sie zurückgehen können. Der Gletscher wurde also erst mal größer. Hier 1920 rum hat es wieder so einen Abfall, einen Gletscherrückgang gegeben und kurz vorher einen Gletscheranstieg und hier 1900 ebenfalls. Und wenn Sie mal Professor Gernot Patzel von der Universität Innsbruck folgen, seinen Ausführungen, dann hat er Belege dafür gefunden, dass diese Gletscher immer vor und zurück gehen. Das kann man also nicht mit Modellen, sondern experimentell kann man das belegen. So entsprechend ist natürlich die Temperaturkurve gewesen. Zusammenfassend, in den letzten 11.000 Jahren waren die Gletscher während zwei Drittel dieser Zeit kleiner als heute, woraus auf Wärme klimatische Verhältnisse geschlossen werden kann. Es war also schon mal wärmer und es war auch wieder kälter und es war auch wieder wärmer und es war auch wieder kälter. So, das ist nämlich, steckt dahinter, dass die Gletscher eine solche merkwürdige Bewegung machen. Jetzt nennt er das das Wechselspiel zwischen Gletscherwachstum und Gletscherrückgang, hat es also schon mehrfach vor der Klimakatastrophe gegeben. Es ist also eigentlich ein altbekanntes Phänomen, nur es wird nicht in der Öffentlichkeit publiziert. Das hat er herausgefunden und zwar interessanterweise hat er also Bäume untersucht, die in den Gebieten liegen, wo der Gletscher sich jetzt zurückgezogen hat, kommen wieder alte Bäume zum Vorschein und er hat diese untersucht, altersmäßig mit COC-Carbon-Methode, Altersbestimmungsmessung mit der C14-Methode und dann hat er gesehen, dass unter den zurückliegenden Gletschern, zurückgezogenen Gletschern da unten, alte Baumstämme vorkamen. Das heißt, wenn uns suggeriert wird, dass eigentlich die Gletscher schon immer zurückgewandert sind, früher tiefer waren, ja bitte, wo kommen denn diese Bäume her? Ich habe noch nie einen Baumwachsensinn unter Eis. Kann gar nicht sein. Und das ist eigentlich ein richtiger experimenteller Beweis, fernab von jeder Theorie. Aber wie gesagt, das erfahren wir nicht. Ich war im Sommer, also August 2017, in Österreich an der Kaiser-Franz-Josef-Höhe in Kärnten und da kann man da oben von dieser Kaiser-Franz-Josef-Höhe aus fotografieren und sieht den Gletscher Pasterze, wie der sich jetzt, in welchem Stadium der sich befindet. Also hier ist die Besucherplattform hier oben, da sehen Sie auf der Straße, hier kann man stehen fotografieren, das Bild habe ich da auch gemacht und da sieht man, der Gletscher hat sich jetzt da oben hin zurückgezogen. Was jetzt hier durch noch gesagt werden muss, dass innerhalb eines Jahres zwischen Sommer, das war Sommer, zwischen Sommer und Winter es auch natürlich Schwankungen gibt, kommt der Gletscher vor, im Winter geht er zurück, im Sommer, das sind auch Schwankungen. Dann gibt es aber noch Schwankungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die noch viel größer sind. So, man sieht also hier, der hat sich zur Zeit sichtbar zurückgezogen, zur Zeit. Was davor war, auch hier findet man übrigens den Schilder, Baumstümpfe untersucht. Auch hier war also schon mal, nicht der Gletscher ganz unten, sondern muss schon mal oben gewesen sein, wenn da 100 Jahre alte Bäume zu finden sind. So, dagegen war es also um 1915, 1965, 1985, Tal abwärts vorgedrungen der Gletscher, also dieser besagte ständige Wechsel zwischen Gletscherverlängerung und Gletscherverkürzung. Ja, wenn man natürlich das nicht weiß oder im Internet sich nicht schlau macht, kann ja jeder machen eigentlich, dann glaubt man dem Schwachsinn, dass die Gletscher schon immer da waren, früher ganz unten waren und jetzt ziehen sich über Jahrhunderte immer weiter zurück. Das ist totaler Blödsinn. Aber so werden wir eben getäuscht. So, wie alle Alpengletscher, das ist auch in Österreich, zeigen diese säkulären Längenänderungen, das heißt, es ist ständige, im Wechsel der Jahreszeite und im Wechsel von Jahrhunderten immer wieder Längenänderungen. Hier haben wir so Beispiele, die da gerne publiziert werden. Gletscherschwund und Klimawandel, das zeigt man dann hier von 1890, diesen Gletscher, ein Schneeferner und dann im Jahre 2003, wie das dann jetzt sich zurückentwickelt ist. Da kriegt natürlich jeder einen Schrecken, wenn er nicht weiß, was da wirklich abgespielt ist, was sich abgespielt hat. Ja, und hier ist nochmal die Kurve von Patzelt, wo man also sieht, wie die wirkliche Entwicklung aussieht, die leider die wenigsten kennen, also immer auf und ab von Gletschern. Und das passt dann hier, muss man sich nur die Zeiten raussuchen, sonst kann man das also wunderbar belegen, dass tatsächlich hier immer ein Gletscher kommen und gehen war. Das Klima hat viele Aspekte, ich kann hier nur ein paar rausgreifen, um Ihnen zu zeigen, was uns vorerzählt wird und wie die Medien nachher darauf springen. Der Eisbär war immer das Symbol der Klimaschützer. Und hier sehen wir, rechts steht es dran, das Bild ist eine Fälschung, hat jemand entdeckt, dass hier irgendwie montiert wurde. Also dieser einsame Eisbär ist nicht bedroht, nur und dann hat man ihn aber auf so eine Scholle gestellt, fototechnisch, als würde es so aussehen, ja, mein Lebensraum schwindet jetzt. Das ist völlig blödsinn. Man ist also auch zu Fälschungen bereit, um diesen Eindruck zu erwecken, der Eisbär ist durch einen sogenannten Klimawandel bedroht. Sehr schön, ich zitiere nochmal hier einen Fachmann, den ich glaube ich schon erwähnt habe. Die Behauptung, dass Eisbären durch den Klimawandel bedroht sein, ist falsch. Der Eisbär, und das finde ich besonders schön, dass er dann sagt, der Eisbär lebt nicht vom Eislutschen. Noch schöner, kann man es, glaube ich, kaum ausdrücken, sondern er lebt von Seehunden und anderen Meerestieren. Und deswegen leben auch die Eisbären bei uns im Zoo. Und sie brauchen das große Eis eigentlich gar nicht. Das wird einfach so unterstellt. So, in Wahrheit ist die Eisbärenpopulation in Alaska und in Nordamerika also von circa 5.000, das war so der Tiefstand, in den letzten 40 Jahren wieder auf 25.000 angestiegen. Die Eisbärpopulation nimmt also zu, nicht ab. Ja, und woran liegt das? Weil eben die Jagd auf Eisbären verboten wurde. Was das für eine Wirkung hatte. Man verbietet das Schießen von Eisbären, obwohl es natürlich immer welche gibt, die das tun, aber schon nimmt die Eisbärenpopulation zu. Das heißt, dieser Eisbärenrückgang, der war eigentlich nur durch das Abschießen erfolgt, und von wegen Klimawandel. Ja, was glauben Sie, wer Eisbärenfälle kauft, wer da an der ersten Stelle steht, für 10.000 Dollar werden die gehandelt. Wer ist scharf auf Eisbärenfälle? Deutschland. Die Deutschen kaufen das, sind ganz scharf auf Eisbärenfälle. Wir müssen uns also selbst eigentlich das vor Augen halten, dass wir da mit schuld sind, dass die Eisbären zauern. Aber es ist ja jetzt verboten, das Eisbärenschießen. Übrigens gab es Eisbären schon seit 600.000 Jahren. 600.000 Jahre heißt also, durch alle Eiszeiten Warmzeiten, Eiszeiten, Warmzeiten, sind diese Eisbären hindurchgegangen. Die haben das alles überlebt. Hat denen nicht im geringsten geschadet. So, und insbesondere auch hier um 4.500, also in der Mittelsteinzeit, und hier um, in der Jungsteinzeit um 2.500 vor Christus, und auch um 1.200, als es auch so warm war in diesem mittelalterlichen Optimum. Das haben die Eisbären auch hinbekommen, obwohl es überall wärmer geworden ist. Aber eben, es hat eben nichts mit der Temperatur zu tun. Vielleicht können Sie sich an den guten Herrn erinnern, den müssen eigentlich alle kennen, weil er immer, wo eine Kamera steht, drängt er sich nach vorne und sagt, ich möchte was sagen zum Klimawandel. Und da verkündete er im Jahr die drohende, hier sehen Sie den Finger, die drohende Klimakatastrophe. Im Jahre 2000 verkündete Mojib Latif Folgendes, Winter mit starkem Frost und viel Schnee, wie noch vor 20 Jahren, wird es in unseren Breiten nicht mehr geben. Durch den Klimawandel. Sie wissen alle, dass das natürlich eine furchtbare Blamage war, denn es kam was ganz anderes raus dabei. Die Realität, der Winter, also dieser Winter, das war also hier 2013, ist in fünfte in Folge mit Frost und Schnee. Das ist aus dem Allgäu, also in unseren Breiten auf jeden Fall. Das Allgäu ist ja bekannt, dass es da kräftig schneiden kann. Und als Mojib Latif diese Bilder gesehen hat und erfahren hat, dass es sehr viel Schnee gibt, da hat er sich bei uns aus dem Hörsaal nach seinem Vortrag schnell mal weg. Hat sich keine Diskussion gestellt. So ist das eben. Also wie kann man auch nur, sag ich mal so, eine Prognose abgeben. Der Februar 2013 war also ein Meter Schneehöhe im Allgäu. Das war schon wirklich sehr viel. Und im Winter 2009, 2010 lag viele Orte an 90 Tagen, das ist eine ganze Menge, in drei Monaten, an schneearmen Orten, wie beispielsweise Freiburg, ist ja eigentlich bekannt, dass es immer sehr warm ist, lag auch da Schnee. Und auf Norderney, wo ja auch Schnee eigentlich eher selten ist. Ja, durch diesen Kälteeinbruch und diese Wärme, die dann wieder abwechselnd stattgefunden hat, da sagt man dann, ja, wie kann das so kalt sein? Und die Klimawandler haben sofort eine Idee gehabt, wie das sein kann. Die kalten und zum Teil sehr schneereichen Winter der letzten vier Jahre sind ein Zeichen der Erderwärmung. Es ist wirklich wahr. Das wurde gesagt, ein Zeichen der Erderwärmung. Ich sage mal, wie für blöd haltet ihr eigentlich die Leute? Allerdings hatte es keiner dieser Klimamodelle, diese Abkühlung, die da stattgefunden hatte, in den letzten zehn Jahren, vorausgesagt. Diese sinkende Temperaturen waren einfach nicht vorgesehen. Und da waren die Klimamodelle natürlich wieder sehr beschädigt. erst dann im Nachhinein, als man gesehen hat, es ist kälter geworden mit viel Schnee. Und da kam man dann auf diese dubiose Erklärungsversuche und hat gesagt, ja, dann müssen wir eben unsere Meinung ein bisschen anpassen, der Realität. Und dann kommt da so ein Blödsinn raus, wie ein Zeichen der Erderwärmung. So, ich habe noch ein paar Minuten, glaube ich, oder? Noch ein Thema hier, Meeresspiegelanstieg in der Südsee. Die Karolineninseln ist es so, dass man ja gesagt hat, einige Inseln verschwinden. Da steigt der Meeresspiegel so stark an, dass die schon, ja, sage ich mal, nasse Füße kriegen an einigen Stellen und bejammern. Der Klimawandel lässt unsere Inseln verschwinden. Ja, was war wirklich der Fall? Ich habe im ZDF das gesehen, ich habe zufällig das gerade selbst gesehen, im März 2009 steigt der Meeresspiegel in Mikronesien an. Tatsächlich gibt es aber zwischen den kleinen Karolineninseln und der großen Pazifikplatte longitudinale und vertikale Bewegungen. Wenn man sich hier diese Karte anschaut, diese tektonische Karte der Erde, dann weiß man ja auch, dass sie aus vielen Platten besteht, großen und kleinen Platten. Jetzt gibt es Platten, die bewegen sich longitudinal oder vertikal oder unterschieben sich und andere schiebt sich da runter. Und was das ZDF eigentlich hätte wissen müssen, dass es Platten gibt, gerade hier im Bereich der Karolineninsel, die sich durch die Tektonik absenken und dann sieht es so aus, wenn ich auf einer sinkenden Platte stehe, als würde der Meeresspiegel steigen. Das ist doch bewusst. Also so schlecht können die doch gar nicht recherchieren. Da steckt doch Absicht dahinter. Und im Übrigen, da habe ich mir das mal rausgesucht, in der Literatur, die Karolineninsel, wo die hier liegen, da sehen wir diese grüne Linie, die hier ist, an dieser Stelle, das ist die Plattengrenze. Hier die Pazifikplatte auf der rechten Seite, die eigentlich da an der Stelle konstant geblieben ist und die Karolinenplatte auf der Seite. Wenn man jetzt da hinstellt, einen Bewohner der Karolinenplatte und stellt ihn da hin und der steht auf einer sinkenden Platte, dann hebt er die Hände und sagt, oh Gott, der Meeresspiegel steigt. So werden wir getäuscht. Ich habe auch an ZDF geschrieben, aber glauben Sie nicht, dass da eine vernünftige Antwort kommt. Das ging bis zum Intendanten hoch. Der Intendant hat das dann an den zuständigen Ressortleiter für Umweltwerte gegeben und da kam aber nichts. Aber die haben sehr höflich und nett geschrieben. Wir danken Ihnen für Ihre Eingabe, aber eine Antwort kam da nicht. So sieht das aus. Und das gleiche Spiel, das muss ich jetzt nicht noch wiederholen hier, ist übrigens auch für die Fidschi-Inseln, die ja jetzt bei der Klimakonferenz in Bonn ganz, da war ja auch einer von Fidschi-Inseln da, der sagte auch, der Meeresspiegel steigt, irgendwann werden wir verschwunden sein. Ja, das ist genau das Gleiche an der australischen Platte und der Pazifik-Platte. Dann sage ich mal, die Fidschi-Inseln könnten theoretisch tatsächlich überspült werden, man hat so ein Recht, falls die lokale Platte weiter absinkt und nicht, falls sich die Erderwärmung, also die Erwärmung der Atmosphäre erhöht, sondern die Platte könnte noch weiter sinken, das weiß aber keiner genau. In der Geologie kann man diese Zukunftsentwicklung nicht so nachvollziehen. sinkt die, dann werden die tatsächlich verschwinden. Und die Entwicklungsländer haben jetzt verstanden, Kapital zu schlagen aus dem Klimawandel. Das sind ihr Industrieländer, ihr seid schuld, dass der CO2-Anteil so hoch gestiegen ist und wir, was machen wir Industrieländer? Wir zahlen Ausgleichszahlungen an diese Länder. Kann man das mal verstehen? Aber hier muss ich mal den Spiegel loben, ich will das nicht unterdrücken, Spiegel aus 24-2012, Rätsel der sinkenden Inseln. Ihnen hat der Spiegel zugegeben, dass die Insel sinkt. Das ist schon bemerkenswert. Zwei Jahre später sagen die Klimawandel und Meerspiegel steigen. Also das geht gerade, wie man es gebrauchen kann. So, noch ein Wort zu der Klimatologin Petra Gerster, auch eine Fachfrau für Klima. Die hat nämlich uns gezeigt, dass es sein kann in den Jahren 2100, dass die Wüste hier oben, also die Sahara, so bleibt, aber hier, wo der Tropschregenwald heute ist, ist jetzt auch alles trocken und der Tropschregenwald verschwunden. Durch den Klimawandel, meinte sie. Da sage ich, Frau Gerster, nicht aufgepasst im Erdkundeunterricht. Ich würde mal fragen nach der Erdkundenote, die sie gehabt hat, sonst hätte sie eigentlich wissen müssen, dass die Zunahme der globalen Temperatur weniger, für wenige Grad die tropischen Regenwälder zum Verschwinden bringt. Das ist absoluter Blödsinn, weil nämlich, warum, das lernt man in der Geografie, weil nämlich der Nordost- und der Südostpassat sich da treffen im Bereich des Äquators, haben wir alle mal gelernt, und wo so große Strömungen, also Meereströmungen und Winde zusammenkommen, haben wir aufsteigende Luft. Wo soll sie sonst auch hin, wenn sie zusammenkommen? Und aufsteigende Luft heißt immer Tiefdruckgebiete, Dauertiefdruckgebiete, also ekatoriale Tiefdruckrinne. Das kann man nicht durch 2-Grad- oder 3-Grad-Erhöhung beseitigen, diese Strömungen auf der Erde. Ja, das ist diese Konvergenz der Passatzonen. Das hat sie wahrscheinlich nicht aufgerissen in der Schule. Und dann frage ich mich, warum soll sich der tropische Regenwald denn hier, der ja hier war oder heute natürlich noch da ist, immer noch ist, warum soll sich er sich dann nach Süden verschieben? Man könnte ja auch sagen, er kann sich ja nach Norden verschieben. Er verschiebt sich, ja wohin denn? Aber warum sagen die, er verschiebt sich nach Süden? Weil dann nämlich das Wüstengebiet größer wird. Die Erde, der Sahelbereich verschwindet. Es geht alles nach Süden, es wird trockener und die Wüsten werden größer. Als ich studiert habe, Geografie, dann hieß es immer, hat mein damaliger Professor schon gesagt, das stimmt gar nicht, die Desertifikation. Also das heißt die Ausbreitung der Wüsten. Im Gegenteil, die Savanne breitet sich aus. Die Savanne breitet sich aus. Nicht die Wüste. Das wird uns sehr viel untersucht. Ich könnte meinen Kollegen hier nennen von der Universität Amsterdam, Chris Ray, der hat also untersucht, wie die Bäume und die Sträucher im Sahel immer mehr werden. Der hat das durchgezählt. Der fährt alle zwei Jahre dahin, zählt und fotografiert die Bäume und sieht, die Wüste blüht, kann man so kurz sagen, in einem bekannten Film angelehnt. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Also die Angst vor der anderen Wüstenausdehnung wird damit geschürt und das Gegenteil ist aber der Fall. Die Baum- und Strauchsavanne dehnt sich langsam aus, wie nachgewiesen wurde, wieder experimentell und nicht mit Computermodellen. Ja, da brauchen wir uns nicht zu wundern, es ist vorhin schon mal angeklungen, wie sich der ZDF-Fernsehrat zusammensetzt. Inzwischen hat es sich etwas gebessert, der Anteil hier ist etwas zurückgegangen. Staat und Parteien haben eben einen großen Einfluss auf die Zusammensetzung des ZDF-Fernsehrates und da wird sozusagen bestimmt, was gesendet wird und nicht gesendet wird. Ja, nochmal zurück zu den politisierten, wo wir gerade bei den Medien sind, die politisierten Medien. Von 2000 bis 2010, viele wissen es vielleicht noch, war Nikolaus Bränder, ZDF-Chefredakteur und 2012 sagte er in einem Zeit.de-Interview zu Beginn seiner Amtszeit wäre es üblich gewesen, dass Politiker bei einfachen Redakteuren, wie er es gesagt hat, anriefen, um Druck auf die Berichterstattung auszuüben. Das hat ihm nicht gut getan, so eine Aussage. Es passiert nämlich dann Folgendes, eine Verlängerung des Vertrages wurde vom ZDF-Verwaltungsrat mit Unionsmehrheit abgelehnt. So passiert es also, wenn man da zu viel sich mit Wahrheit aus dem Fenster lehnt. Damit ist so ein Journalist zum Aufsinn einer parteipolitischen Machtdemonstration geworden. Nun muss man aber nicht nur, ich will ja nicht nur was Negatives sagen über die Medien, ab und zu kommt uns mal vor, dass was Positives versehentlich vielleicht gesagt wird. Und zwar gibt es ein ARD, ein Video, ARD spricht Klartext über den Klimawandel. Da kommen also eine bekannte Klimawissenschaftler, nicht Klimawissenschaftler, sondern Klimatologen, die sich mit dem Thema wirklich seriös auseinandersetzen, die sind Kritiker, die kommen also da zu Wort und wenn Sie sich das anschauen wollen, sehen Sie, dass tatsächlich auch mal was anderes gesagt wird, nicht nur gelogen wird. Aber ich würde das mal für die Ausnahme halten und ich weiß nicht, ob es so viele andere Sendungen gegeben hat. So, jetzt muss ich mal das Ding zurück nicht ausgelaufen. Noch ein Wort zu dem Schwund des Antarktiseis. Das ist ja so ein Thema, so ein Dauerthema eigentlich. Die Antarktis würde kleiner werden und dann, jetzt kommt der Spiegel wieder von der anderen Seite und der schreibt dann, dass ein Viertel der Eisfläche an diesem nördlichen Schelf da, an dem Wilkens-Eisschelf zurückgegangen ist. Und Greenpeace greift das auf und sagt das, wo das Klima kippt. Also ein Kippen kann ich mir nicht vorstellen. Es ist eine langsame, stetige Entwicklung, die da stattfindet. Ja, also man könnte also jetzt noch hier noch ein bisschen weiter erzählen, aber ich will das mal abkürzen und eigentlich zu dem Schluss kommen und da möchte ich Ihnen eine, ja, die Pinguine wären in Gefahr, also Bild. Nachdem es die Eisbären waren, sollen es jetzt die Pinguine sein. So schnell geht das in den Medien. In Wirklichkeit ist die Eisfläche also angestiegen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch, um zum Ende zu kommen. Ja, die Umgang mit Kritikern, das habe ich selbst erlebt. Wie man da runtergemacht wird und der würde also die Klimaforschung in den Dreck ziehen, kam dann in der Panorama-Sendung, weil es sich kritisch geäußert hatte über den Permafrostboden. Er sagte, die Permafrostboden, die sind nicht bedroht, wenn ein Klimawandel wirklich stattfinden würde. Das ist natürlich, kann man gar nicht sagen, sowas. Das überspringe ich jetzt mal, damit ich halbwegs in der Zeit bleibe. Ja, das möchte ich immer noch mal sagen, was passiert mit Kritikern. Philippe Verdier, 47 Jahre alt, ein Wetterfrosch, sozusagen ein Meteorologe im französischen Fernsehen. Einer der bekanntesten Wetteransager, François, wurde 2015 beurlaubt, wenn er sich gegen die Klimadarstellung der Mainstream-Wissenschaft ausgesprochen hatte. Was hat er gesagt nämlich? Warum wurde er gefeuert? War natürlich ein bisschen unversichtlich. Der Klimawandel sei ein Komplott. Ein weltweiter Skandal, eine Höllenmaschine, um uns Angst zu machen. Stimmt alles ganz genau, aber das kann man doch nicht sagen, wenn man noch in den Diensten des Staates steht. Da muss man schon aufpassen, was einem lieber ist, der Job oder die Wahrheit zu sagen. Da haben wir wieder das Dilemma, was wir schon ein paar Mal hier besprochen hatten. Doch, die Schuld ist jetzt nicht da, aber ich bringe das in Zusammenhang. Kontrollverlust, das System verträgt immer weniger die Wahrheit. Da sieht man es, wie das System die Wahrheit, wie mit der Wahrheit umgeht. Der muss da also seinen Dienst erstmal quittieren. Da haben wir so ein Beispiel aus der Klimatologie, wie man umgeht mit solchen Leuten. Ja, jetzt möchte ich doch noch die Schlussfolie zeigen. Ja, das vielleicht mal als vorletztes. Stephen Cunin, ein Staatssekretär, bei uns übertragen werden, das ist ein Staatssekretär. 2009 bis 2011 war er auch Professor für Theoretische Physik und hat im Interview mit Mary Kissel gesagt, dass es Datenfälschungen, massive Datenfälschungen gab bei NOAA und bei NASA, diesen offiziellen Behörden. und das sagt er natürlich deswegen, weil er jetzt nicht mehr im Dienst ist. Jetzt packt er aus sozusagen und sagt, hier wurde schwer manipuliert. Tja, was will, was will eigentlich, warum findet dieser Klimawandel in den Köpfen statt? Den Politikern schwebt die große Transformation vor. Das heißt also, gesellschaftliche Änderungen, Dekarbonisierung, weg mit den fossilen Energieträgern aus unseren technischen Anlagen, Dezentralisierung, langfristig auch Deindustrialisierung. Was das in der Konsequenz bedeutet, dann wird man wieder ein Volk von Bauern und Handwerkern. Gut, das ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber Deindustrialisierung zielt darauf ab letztlich. Ankörbelung der Konjunktur, sage ich, ja gut, ist doch schön, wenn man die Konjunktur ankurbelt, aber warum brauche ich dann das CO2? Das CO2 ist gar kein Klimakiller, aber man muss halt einen Bösewicht haben, der dafür gradisch dem Rand ziehen kann. Ja, die Forschung hat natürlich, wie ich vorhin schon sagte, Fördergelder und Klimaschutzkonzepte gibt es dann in Orten und Städten und in kleinen Büros. So, dann sage ich noch, viele Politiker wissen, dass sich das Klima schon immer ohne menschlichen Einfluss verändert hat. Das ist denen bekannt, nicht allen. Es gibt auch welche, die haben nicht einen Eindruck gehabt, die haben gar nicht verstanden. Aber einige Spitzenpolitiker wissen das, sie wissen auch, es gibt keinen Klimawandel durch menschliche Aktivitäten verantwortlich. Politische Ideologie hat eben Vorrang und einen höheren Stellenwert als die Wirklichkeit. So, jetzt komme ich wieder an dem Punkt an, wo wir schon mal waren. Die wahre Natur der Klimawandelität wird als Verschwörungstheorie oder Populismus abgestempelt. Ich bin also auch, wie ich schon sagte am Anfang, auch ein Verschwörungstheoretiker. Oder man ist eben populistisch. Und das ist ein Totschlagargument, damit können Sie nicht, können Sie nicht an die Wand bringen. Das ist einfach nicht, da kannst du mir nichts drauf antworten. Aber ohne eben, ohne einen wissenschaftlichen Hintergrund, einfach um die Diskussion abzubremsen. Ja, das ist noch schön, das kann ich mir auch noch sagen. Holger Strom sagt in einem Interview mit KNFM, die meisten Politiker sind psychisch krank. Und der renommierte Psychoanalytiker, Dr. Hans-Joachim Maaz, geht noch weiter und bestätigt das, viele deutsche Politiker, Spitzenpolitiker, sind psychisch gestört. Die haben die Ideologie als riesige Scheuklappen und sehen nicht immer die Realität. Also der bedeutet, das ist Krankheit. Ich meine, ein Psychoanalytiker, der hat das untersucht. An vielen Aussagen. Das möchte ich jetzt mal überspringen, das können wir mal auslassen. So, da komme ich wieder zurück zu meiner These, der Klimawandel ist nicht anthropogen, von Menschen also gemacht, sondern ist politisch gemacht. Eine politische Ideologie ist politogen. Deswegen habe ich dieses Wort mal erfunden, um das mal zum Ausdruck zu bringen. So, man muss wirklich kein Klimatologe sein, um den menschengemachten Klimawandel zu entlarven, als Inszenierung einer politischen Ideologie, mit Hilfe ausgeklügelter Medienpropaganda. So sieht es also aus. Und mein Schlusswort, für mein Schlusswort habe ich mir hier Sonja Magolina ausgesucht, weder Klimaexpertin noch Politikerin. Sie ist also promovierte Biologin in Publizistin, soll die Aussage unterstützen, man muss nicht Klimawissenschaftler sein, sondern es mit gesunden Menschenverstand. Und das ist schön, was sie sagt, das ist eine Zusammenfassung von dem, was ich jetzt eine Stunde erzählt habe. Das kann man schön zusammenfassen. Sie sagt, als Nichtfachfrau auf dem Gebiet, Klimawandel ist ein Begriff, ist ein hochideologischer Begriff, der die Utopie der Klimarettung zum Ziel des politischen Handels und zum moralischen Gebot erhoben hat. Es ist also eine Utopie, sagt eine, die keine Klimatologin ist. Man muss nur aufmerksam recherchieren, dann kommt man darauf. Und ihr zweiter Satz, den ich auch sehr schön finde, den man im Abschluss hier bringen soll, meines Vortrages, man darf nicht übersehen, dass dieses Denkmodell handfesten Interessen seit zahlreicher Profiteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Öko-Industrie verbunden ist. Also es gibt auch hier natürlich beim Thema Profiteure. Deswegen läuft die ganze Geschichte. Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz hervorragend, ganz hervorragend, Herr Kieslern. Herzlichen Dank. Gerne. Wunderbar. Ich möchte noch ganz kurz darauf hinweisen, dass an einem Tisch da hinten dieses Blatt hier ausliegt. Es gibt also weiterführende Literatur, es ist eine Auswahl natürlich, aber ich werde immer gefragt, wo kann ich an das nachlesen? Ist das meine Ideen oder sagen viele, viele anderes auch? Hier eine schöne Liste, wenn Sie wollen, können Sie sich diese Bücher besorgen oder einfach im Internet entsprechend da nachschlagen? Ja. Also man kann von bewusster Irrerführung sprechen, bewusste Unterdrückung, Lückenpresse apropos, ja. ein krimineller Akt. Wir haben uns nicht abgesprochen, was er sagt, was mich am Morgen bewegt hat. In seinem Vortrag kamen noch andere Punkte, die ich abgeblockt habe. Bei dem vorigen Vortrag kamen Punkte, die ich abgeblockt hatte bei mir. Es ist eine einzige Identität von dem, was wir hier sprechen. Aber ich sehe eins, das ist eines der dringendsten Themen überhaupt. Jeden Morgen, wenn das Radio einschaltet, Nachrichten hört, ist es einfach Katastrophe, dass gepusht wird. Mit Volldruck. Also wir werden schauen, dass wir diesen Vortrag so weit als möglich streuen und mit klar TV publizieren, dass das einfach rausgeht, dass ein neues Bewusstsein entsteht. Ganz herzlichen Dank nochmal. War Medizin. Endlich gute Medizin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.